Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid. Mein Name ist Kesti, ich melde mich aus dem verregneten Deutschland, bin jetzt wieder zurück aus London und melde mich deswegen, weil Peter Knebel jetzt mittlerweile nicht mehr Sportvorstand ist von Schalke 04. Gestern Abend kam die Nachricht, Peter Knebel ist jetzt nur noch Berater bis zum 30.06.2024. Der Vertrag ist quasi umgewandelt worden und im Grunde genommen ist Peter ja auch nur noch mitgeschleppt worden auf Schalke, weil der Vorstand auf Schalke muss immer zu zweit entscheiden oder ist dann nur beschlussfähig. Und da wir mit Christina Röhl-Hamas bislang nur eine andere Vorständin hatten, musste Peter jetzt noch mitmachen bis Ende des Jahres und wechselt jetzt eben in den Bereich Beratung einfach rein. Er will noch einige Projekte bei Schalke, will er mir jetzt noch mit umsetzen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Sportwissenschaft und danach wird das Ganze sein Ende finden. Und ja, jetzt natürlich haben wir auch unseren neuen Vorstand, nämlich Matthias Tillmann, vormals Trivago und Kumpel, mindestens Ex-Arbeitskollege von Axel Hefer. Der ist jetzt ab dem 01.01. eben da und somit konnte man eben Peter Knebel auch von seinen Aufgaben als Sportvorstand entbinden. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter auf Schalke, wahrscheinlich ohne weiteren Sportvorstand. Ja, man ist jetzt aktuell wohl auf der Suche in einigen Medienberichten zufolge nach einem technischen Direktor. Und da muss ich direkt auch mal warnen, ich möchte nicht, dass wir jemanden einstellen, der wirklich zahnloser Tiger ist und dass wir jetzt beispielsweise Mark Wilmots holen und der keine Entscheidung in Sachen Spielertransfers tätigen kann. Weil ganz ehrlich, was ist denn das Herz eines Fußballvereins? Das ist einfach die Mannschaft, ja. Die Mannschaft, das ist das, was den Verein trägt, das ist das, was den Verein ausmacht und da, wo der Erfolg natürlich auch herkommt, gegebenenfalls, oder eben auch der Misserfolg. Und ich möchte es jetzt nicht, dass wir jetzt jemanden holen wie Mark Wilmots, den auf eine Position als technischer Direktor reinsetzen und der überhaupt kein Mitspracherecht in Sachen Transfers hat. Das würde ich für komisch empfinden. Ja, ich denke auch nicht, dass man André Echelmann jetzt komplett außer Verantwortung rausnehmen sollte, sondern ich denke, dass wir da aktuell eine Teamlösung brauchen und ich finde auch, dass Mark Wilmots am Ende des Tages den, ja, den Daumen draufsetzen sollte, ja, oder den Daumen eben heben sollte oder senken sollte bei Entscheidung. Das heißt, er sollte aus meiner Sicht wirklich nachher auch die Verantwortung dafür tragen und, ja, deswegen, ansonsten kann man sich die ganze Nummer nämlich sowieso sparen mit Mark Wilmots. Ja, da braucht man uns jetzt auch nichts vormachen und sagen, jawohl, hier, wir holen die Identifikationsfiguren rein und dann hast du dann Mark Wilmots rumlaufen, der nichts zu sagen hat, gefühlt. Gefühlt immer noch, na, auch als technischer Direktor willst du mit Sicherheit deinen Aufgabenbereich haben, aber eben nochmal, das Herz, das ist doch die, Mannschaft, ja, und dann hast du mit Mark Wilmots einen, der zahnloser Tiger ist und du hast ja noch einen im Grunde genommen mit Gerald Asamoah ja schon, der auch zahnloser Tiger ist, ja, ist ja de facto so, dass Gerald Asamoah als Teammanager jetzt wahrscheinlich die Hotels bucht und nah an der Mannschaft dran ist, gar keine Frage und da auch viel beratend tätig ist, aber auch er hat ja nicht die Entscheidungsgewalt oder die Entscheidungsmöglichkeiten in Sachen Transfers und das ist nun mal das Kerngeschäft von Schalke 04. Also, ja, nochmal, ich finde es super, wenn wir jemanden holen wie Mark Wilmots, definitiv, aber ich finde, da muss auch wirklich was dahinter stecken. Das heißt, ja, keine Einstellung als jemand, der nichts zu sagen hat. Wie seht ihr das, Leute? Würdet ihr Mark Wilmots gerne haben wollen? Wie seht ihr die Abberufung von Peter Knebel? Ich meine, Peter Knebel hat ja auch zumindest ein gewisses, also man kann ihm ja seinen Fußball-Sachverstand, kann man ihm ja nicht abreden, ja. Ich glaube, dass er in Sachen Struktur, in Sachen, also im Hintergrund, was dort alles läuft, was die Prozesse innerhalb eines Vereins angeht, ich glaube, da ist Peter Knebel schon ein richtig guter gewesen. Allerdings kannst du den natürlich nicht so, ja, ich sage mal, auf die Weltöffentlichkeit los schicken. Das ist letztendlich auch so. Er hatte halt ein Problem, sich zu verkaufen, das ist einfach schon so, ist auch schon in Hamburger Zeiten so gewesen. Dementsprechend, ja, würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt auf Mark Wilmots zurückgreifen können und, ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich habe es, glaube ich, zu Anfang nicht gesagt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut reingerutscht und wir werden uns heute Abend sehen, denn heute Abend werde ich um 20.15 Uhr, werde ich für euch streamen, ja. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und dann werden wir über die aktuellen Geschehnisse auf jeden Fall reden bei mir auf dem Kanal, ja. Also Abo dalassen, Glocke aktivieren und damit sage ich Glück auf, macht es gut und bis dahin. Ciao.